Hallo, wieder zurück bei Ballet-A-Bullet-Storm. Und, ja. Ja, ja. So. One-House-Kick. Was ist jetzt los? Ja. Machen wir das hier dasselbe? Hat jedenfalls funktioniert. Ich probiere wachsam zu bleiben. Sind die Schmerzen erträglich? Nein, sind sie nicht. Aber was soll ich machen? Ich muss sie trotzdem ertragen. Ich werde dich hier rausbrennen, Ishii. Ja, ja. Eine Brücke, die aus Knochen besteht. Das sieht man ja auch jeden Tag. Hast du eine Ahnung, was sie hier vor uns sehen, Ishii? Nein, aber sie stammt von der Konforderation. Der Kennzeichnung nach sind die Missionsprotokolle über ein Jahr alt. Oh, diese Fresse. Hm. Aha. Genau. Ich gebe es einen Strahl. Uh. Der macht mich so richtig an. Uh. Uh, drei Hunde unten. Ah, yeah, jetzt wird angezeigt. Ähm. Was machen die hier oben? Party. Was kann ich jetzt? Mal schauen, was hier los ist. Statistik. Okay, jetzt wird auch alles angezeigt. Oh, oh. Jetzt ist er aggressiv. Einen Hauskipp. So, der ist auch weg. Der ist auch weg. Ich bin einfach schlecht für das Spiel. Schnellen Deck rum hier. Oh. Oh, das sind so wie Herausforderungen. Oh, fuck. Nicht zu uns. Oh. 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 Oh, das sind die Links. Das wollten sie doch bei... Bei Battlefield 3, äh, äh, bei Battlefield 4 wollten die ja das... doch auch so etwas einbauen. Mit dem Sko. Ja, wenn ich ihn auch treffen würde. So, Munition kann man doch so kaufen. Oh, das ist ein scheiß Pender. So. Oh. Oh. Komm her, du Lutscher. Ja. So, der ist auch weg. Und der auch. Nimm Deckung hier. Nimm Deckung hier. Oh, der ist auch tot. Oh, der ist auch tot. Okay, wir bekommen Munition. Ah, ist ja egal. Was ist jetzt los? Ich auch nicht. Ich bin auch nicht bereit für diesen Kampf. Jojo. Komm her. Das erinnert mich eher an ein Tutorial. Du, du, du. Ja, ja, ich werde jetzt auch so halbstündige Partzimmer machen bei diesem Spiel hier. Was ist das hier? Illegaler Uran-Abbau. Nein, das liegt uns nicht perfekt. Das ist keine Unterwelt-Operation. Wer auch immer diese Unternehmung finanziert, kann seine Investition vergessen. Ja, ja. Wachsam. Wir sind hier nicht sicher. So, mal schauen, was wir jetzt haben hier. Waffen. Waffen. Rutschbahn-Time. Du, du, du. Wie... Waffen. Der Mann versinkt in seiner Arbeit. Und wo ist jetzt unser Freund? Warte. Ruhe jetzt hier. Sind das tollwütige Kinder? Hallo? COD-Kind! Kugel-Kick. Da sind wir ja... Warte. Da sind wir ja fast nichts. Komm her! Du lernst fliegen, Baby. Mach die Tür auf. Wieso kann ich nicht laufen? Ist sau dunkel hier drin. Egal... Nein, ja. Scheiße! Mir ist genug konfederierte Feuerkraft um die Alien-Horden auf Vor Clan-Vor zum Glauben zu bekehren. Zerstöre alles! Lass diesen Wilden keine Möglichkeiten für uns zu verfolgen. Ich mag wie der neues Hirn tickt. Die Einheimischen scheinen hier im Kahn nicht besonders zu merken. Ich habe fast keine Energie mehr. Ich kriege mir einen Headshot hinter. Mal schauen. Schnell nachladen hier. Komm her du scheiss Camper. Die Camper haben in diesem Spiel auch keine Chance. So das Ding ist am Arsch. So mal schauen was wir jetzt wieder neu haben. Noch nicht verfügbar. Oh wie das. Kaufen hier. Oh die schöne Aussicht geniesse. Die Abstoßzzelle der Ulysses ist auf der anderen Seite dieser Stadt. Du ich weiss nicht wo lang. Komm verpiss dich doch jetzt mal. Ich will hier durch. Komm her du scheiss Blut. Komm her du scheiss Blut. So kann man sich das am einfachsten machen. Komm her. Von wo kommt jetzt der. Wir verwenden den Verarscht. Noch mehr Idioten die sterben wollen. Humor kommt. Humor war nicht meine Absicht. Du machst mich fertig, Kumpel. So, schnell verstecken. Ah, du scheiß Camper. So, das ist auch weg. Kann man hier drüben auch durch. LALALA. Das scheiß Geschütze ist im Weg. Schnell Leben regenerieren. Wie nett. Gar nicht so übel, das alles. Jaja. Hübsche Aufwärmübung für das, was ich mache, wenn ich diese final Echo Schlampe in die Finger bekomme. Uuuuh, final Echo Schlampe. So, wie viel Cash haben wir? Wir machen doch mal. Jaja, komm lauf jetzt doch mal. Da oben ist ein Geschüßsturm. In Deckung. Ding. Ich bin in Deckung. Komm, der Weg. so das auch weg und mit dem gehen wir in eine pause für das nächste mal und wir sehen uns in der nächsten folge battle storm und ja bis dann